Anpfiff ins Leben – Dein Einstieg zum Aufstieg Anpfiff ins Leben ist deutschlandweit einmalig und bringt eine Menge Spaß für alle, die mitmachen. Wie das geht, das zeigen wir Dir jetzt. Mit einer Mitgliedschaft in einem Partnersportverein von Anpfiff ins Leben bist Du dabei. Hier gibt es nicht nur 1A-Trainingsbedingungen und speziell ausgebildete Trainer. Bei Anpfiff sind auch sonst die richtigen Leute am Start, die Dir helfen und sich mit Dir für Deine Zukunft ins Zeug legen. Das fängt mit der gemeinsamen Hausaufgabenbetreuung nach der Schule an. Auch wenn es hier mal nicht so toll läuft, kannst Du reden, triffst Freunde oder wirst in Lerncamps mit Nachhilfe oder extra Prüfungsvorbereitungen gecoacht. Und weil die Wege bei Anpfiff optimal sind, geht's von dort direkt ins Training. Es ist super, dass sich nicht alles um Sport dreht, denn es bringt Spaß zu entdecken, worauf es im Leben ankommt. Parallel zu Schule und Spielfeld passiert deswegen auch bei Anpfiff eine Menge mehr. Im Team lernst Du viele Dinge kennen, die uns den Einsatz wert sind. Vor allem triffst Du bei den sozialen Projekten von Anpfiff andere Menschen, von denen Du viel lernen kannst. Was besonders locker ist und ebenfalls viel Spaß bringt? Die anderen lernen auch von Dir. All diese Erfahrungen helfen Dir dann auch im Job, denn hier ist Deine ganze Persönlichkeit gefragt. Da bei Anpfiff viele Partner mitarbeiten, kannst Du zum Beispiel ganz ohne Stress Praktika in vielen verschiedenen Unternehmen machen und auf diese Weise Deine weiteren Stärken ausspielen. Super für Dich ist, dass in Deinem Anpfiff Förderzentrum immer ein Ansprechpartner vor Ort ist, der Dir hilft. Beispielsweise mit Bewerbungsmappen, wenn es um Praktika, Ausbildung oder um Deinen Einstieg ins Studium geht. Wenn mit Deiner beruflichen Vorbereitung alles unter Dach und Fach ist, ist bei Anpfiff ins Leben noch lange nicht Schluss. Ganz egal, wie es sportlich und beruflich weiterläuft, wir bei Anpfiff ins Leben kümmern uns weiter um Dich. Denn Du bleibst ein Teil von uns. Anpfiff ins Leben. Dein Einstieg zum Aufstieg.